Hallo zusammen, ich bin Annik und ich stelle euch heute mein absolute Lieblingsjacket für die Ferien vor. Und zwar taue ich selber mit dem Rogue in den Ferien von Aqualung. Ein mega tolles Jacket, ein Wing, das heisst ihr habt die Blasen gegen den hinteren. Sie haben durch das extreme Bewegungsfreiheit rund um die Arme herum. Der Harness selber sitzt, anders wie die anderen Jackets, nicht unbedingt unten auf der Hüfte, sondern schön in der Taille und fühlt sich hier super bequem an, als ob ein Rucksack an hast. Du spürst es also wirklich fast nicht. Es ist extrem leicht, sehr, sehr slim down, also sehr fein gehalten und hat trotzdem alles was du brauchst. Du hast gute, grosse D-Ringe sowohl an den Straps als zusätzlich auch noch die Stoffhaken, wo du alles Mögliche dazuhäkeln kannst. Du hast zwei ganz grosse Taschen, die sich ausfalten, auf jeder Seite. Und ganz ganz speziell auch dieses Jacket, obwohl es nicht so aussieht, hat integrierte Blei. Die werden einfach von der Position hinten platziert und nicht mehr vorne. Was alles ganz ganz schön im Rücken liegt und du vom Gefühl her wirklich das Gefühl hast, es zieht dich nicht vorne weg. Super gut für die Ferien, passt in jeden Koffer, in jeden Rucksack. Wenn ihr noch eins braucht für eure Ferien, lasst euch unbedingt dieses Jacket mal verführen. Ich zeige euch mal, wie sich das so anfühlt. Ich zeige euch mal, wie sich das so anfühlt. Danke, danke. Thank you.